Oder Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Tja, ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen oder wo wir hin sollen. What's my destination? Ich find den echt nicht schlecht. Ja, ist ja richtig, ist immer ersten Tag die neuen Spiele drin und so, aber halt, ne, ist halt Abo. Du besitzt diese Spiele nicht, ne? Das ist halt so, was ich halt, gut, ich bin Sammler, ne? Das muss man auch verstehen, aber ich find halt, es ist halt ein Abo. Du wirst halt niemals diese Spiele wirklich besitzen, ne? Du leist die quasi nur. PS5, die auch noch haben, wenn ich rankomme. Ja, wir haben zwei. Und ich jetzt PS5ler. Okay. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Wo müssen wir hin? Oh, die Eule. Oh. Ich kaufe ja auch zum größten Teil. Ach so, okay. Ja, aber wie gesagt, das... Hä, kommen wir hier nicht lang, oder was? Hier kommen wir nicht lang? Warum kommen wir nicht hier lang? In dieser doofen Falle, oder was? Toll. An. Wo müssen wir hin? Ich geh mal hier lang. Wir haben halt jetzt kein Ziel mehr, so, ne? Ist echt traurig. Ist echt traurig. Oh, noch eine Mülltüte. Sehr gut. Toll. Aber nichts zu essen. Na, ist ja großartig. Ich weiß halt nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Es ist... Hm. Wo gehen wir denn jetzt hin? Lass uns mal jetzt zurückgehen. Und dann nach unten. Das müsste ja gehen, ne? Genau, und dann, äh, in diese Richtung. Sieht ganz gut aus. Oder? Oder nach da unten. Und dann... Ja, müssen wir mal gucken. Scheinten, müssen wir eh gleich nach Hause. Right, okay. To the right. To the right. This way. Oh, Essen. Verstrahltes Essen. Immer gut. Shit. Wir müssen nach Hause, ne? Okay. Let's go home. Äh, und am nächsten Tag dahin. Till next day. Was ist denn das Ziel? Es ist einfach ein Story-Game. Wir haben eine kleine Geschichte erlebt. Mit diesen Puppies. Mit diesen kleinen Hunde... Äh, äh, Fuchswälbchen und so. Die sind aufgewachsen. Wir mussten die füttern und alles. Wir haben leider... Gottes Namen, auch einen verloren. Ich werde es auf YouTube auch hochladen. Oh, nein. Oh, nein. 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 Neh, neh! Extinction is forever. Ich wollte schon gerade sagen. Ich wollte schon gerade sagen. Guck mal, da hinten laufen alle. Ich wollte schon gerade sagen, wehe, Spiel. Wehe. Ich wollte schon gerade sagen. 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 So beginnt ein neues Zeitalter. Ich frage mich, wo die alle hingehen. Ah, zum Schiff. Plünderer. Natürlich. Natürlich. Ich frage mich. 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 Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so ein schönes Spiel. Das Ende von hier. Ja, das Ende von hier. Ja, ja. Hier beginnt ein neues Beginn. Ist das eine Autobahn da hinten? Oh, was ist denn? Was hat er denn? Was ein schönes Spiel, muss man einfach sagen. Hat er Hunger? Hat er Angst gehabt? Wahrscheinlich. Kann sein. Aber wo was aufhört, fängt doch immer wieder was Neues an. Warum immer gleich so dramatisch? Der Mensch. Der Mensch. Immer dieser böse Mensch. Wer range kommt 우klich? Kann sein. Schnattern. Indiensteine. Jetzt verrückt doch mal. tief in analysts. Kyupper zu first- différent yani. Muss ja sein. Komm. Müsschen. Grace. Gute. note seapor. Was ist alles zeitgeist? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020